Die Flugwaffe im Einsatz. Zwei Mirage steigen auf. Auftrag? Feindliche Flugzeuge abfangen und vernichten. Mit präzisen, kodierten Anweisungen führen die Spezialisten im Radarzentrum die Kampfpiloten zu ihrem Ziel. Gesprochen wird im Bambini-Code, der geradezu legendären Spezialsprache der Schweizer Militärflieger. Am Boden wird jede Bewegung von Freund und Feind auf den Radarschirmen mitverfolgt. Sozusagen ferngesteuert nähern sich die zwei Mirage ihrem Ziel, das die Piloten schließlich auch auf ihren eigenen Radarschirmen erkennen können. Kommen seine zwei Markierungskreise zur Deckung, werden die Raketen automatisch abgefeuert. Auch diese Phase wird vom Boden aus überwacht. Feind vernichtet, Auftrag ausgeführt.